Ja, heute geht es um ein Thema, bei dem so viele Fehler passieren, nämlich Begegnungen mit Kindern. Zwangsläufig, wenn ihr einen Hund habt, egal ob Welpe oder Erwachsener, werdet ihr auf Kinder treffen. Und viele Kinder würden gerne Hallo sagen, beziehungsweise gerne in Interaktion treten mit eurem Hund. Und wenn ihr das richtig macht, ist das auch super, nämlich für das Kind, das schlussendlich eine positive Erfahrung mit einem Hund macht. Aber auch für den Hund, der vielleicht da eine nette Person kennenlernt und für einen Welpen insbesondere, der dann dementsprechend sozialisiert wird mit Kindern. Aber hier passieren viele Fehler. Oft wissen wir nicht, wie soll ich das jetzt genau angehen? Wie soll ich das Kind anleiten? Was soll ich mit meinem Hund machen? Ja, genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ich werde euch zeigen, wie ihr richtig Kind und Hund zusammenführt. Ganz, ganz wichtig mal. Wenn ihr mit eurem Hund, sei es Welpe oder Erwachsenerhund, auf Kinder trefft, ist das jedes Mal eine Situation, bei der ihr achtsam sein solltet. Denn ihr wisst nie, wie sich Kinder verhalten. Ab einem gewissen Alter werden Kinder berechenbar, aber das geht eigentlich durch die Bank durch. Vom Baby an bis zum Teenager sind Kinder eben Kinder und dementsprechend solltet ihr aufpassen. Zum einen, dass euer Hund wirklich eine positive Erfahrung macht und dass das Kind keine Dinge macht, die euer Hund mitunter nicht mag. Das ist schlussendlich ein Sicherheitsfaktor für das Kind, aber auch langfristig das Thema, das schlussendlich dazu führt, ob euer Hund langfristig Kinder mag oder nicht. Denn hier gilt, eine negative Erfahrung oder eine erschreckende Erfahrung, auf jeden Fall aus Sicht des Hundes etwas, was er nicht mag, in Kombination mit einem Kind, kann dazu führen, dass er langfristig schreckhaft, ängstlich oder gar aggressiv reagiert, wenn er auf Kinder trifft. Gut, also jede negative Erfahrung zählt doppelt und deswegen sollten wir hier besonders aufpassen. Also, wie schaut das aus, wenn ihr auf Kinder trefft? Gehen wir mal den absoluten Klassiker an. Ihr geht spazieren mit eurem Hund. Es kommt euch ein Kind entgegen. Bitte beobachtet stets das Kind, wie sich das Kind verhält. Im Zweifelsfall geht ihr einen leichten Bogen, gebt euren Hund ein Leckerchen, sodass er das positiv verknüpft, sodass keine Interaktion stattfindet, aber eben auch nichts Schlimmes passiert ist. Diese Interaktionen, die so banal klingen, wo man sich denkt, ja, da ist doch gar nichts passiert, da passiert ganz viel im Gehirn eures Hundes, nämlich euer Hund wird an Kinder gewöhnt. Und wenn der hundertmal an Kindern vorbeigeht und sagt, ach, da kriege ich immer einen Keks und ich mache einen leichten Bogen, habe ich einen Hund, der cool bei Kindern reagiert, der eben einen Bogen macht und sich wohl dabei fühlt. Was ihr auch machen könnt, ist beispielsweise an Spielplätzen vorbeigehen, dort mal abhängen, dort eine Knabberstange geben und einfach mal euren Hund zusehen lassen, wie da schreiende, tobende Kinder eben spielen. Weil das ist was, was für Hunde mitunter komisch ist. Und wenn euer Hund das nie sieht, ist das viel schwieriger für den Hund später einzuordnen, als wenn er das eh täglich beim Spaziergang erlebt hat. Da geht es auch wieder nicht darum, dass das Kind direkt herkommen muss, sondern einfach, dass der Hund mal sieht, ah, es gibt kleine Menschen, die ein bisschen anders sind als große Menschen. Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig, diese passiven Situationen stets zu nutzen. Und dann kommen wir zu der Situation, weswegen die meisten vermutlich das Video angeklickt haben, nämlich das Kind will Hallo sagen, das Kind kommt her. Ja, ganz, ganz wichtig hier, bitte darauf achten, dass sich Kind und Hund wohlfühlen. Also meistens fragen die Kinder, darf ich Hallo sagen oder darf ich den Hund streicheln? Das ist ja schon mal super, wenn sie euch erst mal fragen. Meine Antwort darauf ist meistens, weißt du denn, wie man einen Hund fragt, ob er das auch will? Meistens sagen sie dann, nein, keine Ahnung. Und dann kann ich ihnen sagen, schau, ich zeig's dir. Nämlich, knie dich hin. Lass die Kinder hinknien. Das führt dazu, dass die Kinder nicht auf den Hund zugehen können. Und das Hinknien ist eine Einladung, die die meisten Hunde auch verstehen. Also wenn jemand kniet und den Hund nett anschaut, wissen die meisten Hunde, ah, okay, der will jetzt mit mir Kontakt aufnehmen. Also das ist ein schönes Ritual, bei dem sich der Hund recht bald auskennt. Währenddessen gebe ich meinem Hund tolle Leckerchen. Ich möchte nicht, dass mein Hund einfach so zu dem Kind hinsteuert. Also es kann ja sein, dass euer Hund Kinder liebt. Da möchte ich, dass er lernt, warten lohnt sich. Nicht hinzugehen ist genauso toll. Denn wir wollen ja nicht, dass euer Hund einfach so auf Kinder hin donnert. Also erstmal euren Hund belohnen. Warten, bis euer Hund entspannter ist. Dann schau ich, fühlt sich das Kind noch wohl. Und dann kann ich dem Kind sagen, jetzt kommt der Hund zu dir. Ich gebe den Hund frei. Sichere ihn aber an der Leine ab, sodass mein Hund jetzt nicht das Kind, das da kniet, niederdonnert oder an ihm hochspringt. Sondern, dass das Kind beispielsweise mit ausgestrecktem Arm die Hand beschnuppern kann. Gegebenenfalls kann ich auch dem Hund, dem Kind ein Leckerchen in die Hand geben und das Kind kann dem Hund ein Leckerchen geben. Das ist beispielsweise bei eher schüchternen Kindern sinnvoll. Oder wenn ich ein Kind habe, das besonders schüchtern ist, gebe ich dem Kind ein Leckerchen in die Hand und sage ihm, er kann es vor sich auf den Boden legen. Und der Hund frisst das Leckerchen. Also da muss es nicht zu einem Streichelkontakt kommen. Wir haben immer im Kopf, man muss doch den Hund streicheln. Aber Hundebegegnungen, da geht es ja nicht darum, dass wir den Hund anfassen, sondern dass der Hund und das Kind einfach eine nette Interaktion haben. Und gerade mit Leckerchen kann man da so ein bisschen entgegensteuern. Gerade wenn Kinder schüchtern sind, noch so ein bisschen flippig sind oder einfach noch nicht feinmotorisch geschult sind. Ganz, ganz wichtig hier, bitte darauf achten, dass das Kind nicht den Arm einfach so ausstreckt zum Hund. Auch das habe ich früher so gelernt. Also ich habe noch gelehrt bekommen, wenn man einem Hund Hallo sagt, soll man die Hand ausstrecken. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man die Faust ins Gesicht bekommt, das ist nicht so angenehm für den Hund. Viel angenehmer für den Hund ist es, dass der Hund herkommen kann und von mir aus auch an eine ausgestreckte Hand. Aber der Hund entscheidet, ob er Hallo sagen will oder nicht. Ja, und wenn das Ganze eine nette Interaktion war, locke ich meinen Hund wieder raus aus der Situation und belohne ihn dafür. Wenn ich merke, dass es meinem Hund zu viel wird, locke ich ihn ebenfalls raus aus der Situation. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich merke, dass mein Hund nicht Hallo sagen will. Also das Kind hat sich hingekniet und der Hund bleibt sitzen, bewegt sich so ein bisschen weg, sein Körpergewicht geht so ein bisschen weg von dem Kind. Der Hund dreht sich vielleicht weg oder versteckt sich hinter meinen Beinen oder hat einen eingezogenen Schwanz. Oder er zeigt euch auf irgendeine Art und Weise, dass er eben keinen Kontakt haben will. Dann ist das okay. Und dann müsst ihr euren Hund nicht zwingen und dann solltet ihr ihn auch nicht. Und ihr solltet ihn keinesfalls hinlocken, sondern dann ist es wichtig, das dem Kind zu erklären. Und Kinder sind da echt super. Also wenn ich denen erkläre, schau, der hat jetzt Angst und der möchte das nicht. Verstehen das viele Kinder total gut. Und auch das ist eine super Lektion für das Kind. Nämlich, manchmal mögen Hunde eben nicht Hallo sagen. Ich bedanke mich dann bei dem Kind, belohne meinen Hund dafür, dass er eben nicht hingegangen ist, weil er Angst hatte. Das hat er großartig gemacht und gehe mit meinem Hund weg. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Situationen. Zumindest für mich war das früher schwierig, weil, also mir ist es schwer gefallen, einem Kind zu sagen, du kannst jetzt nicht dem Hund Hallo sagen. Ich wollte dem Kind eine Freude bereiten. Aber langfristig werdet ihr dem Kind und dem Hund ein Riesengefallen tun, wenn ihr eben Interaktion nicht erzwingt. Ganz, ganz wichtig. Nicht festhalten. Bitte den Hund nicht festhalten, sodass er nicht beißen kann. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Hund das Kind mag, dann lasst es lieber nicht zu. Euer Hund soll niemals gezwungen werden oder fixiert werden in einer Berührungssituation. Das führt nicht dazu, dass euer Hund sich langfristig wohlfühlt mit Kindern. Und das kann wirklich irgendwann zu Schnapp- oder Beißvorfällen führen. Also diese Maßnahme ist, glaube ich, einer der wichtigsten, um Beißvorfälle mit Kindern zu verhindern. Es gibt jetzt noch den Spezialfall, der Hund, der super hibbelig und wild ist bei Kindern und die niederstürmt. In so einem Fall würde ich gar nicht so sehr das Streicheln zulassen, sondern dem Kind beispielsweise Leckerchen in die Hand geben und sagen, streue die mal am Boden aus. Sodass der Welpe oder der Hund eben nicht wild am Kind rumhüpft, sondern da am Boden Leckerchen sucht und das Kind hat trotzdem eine nette Interaktion. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen geben, wie ihr euren Welpen richtig an Kinder heranführt. Bitte denkt dran, es geht nicht darum, dass das Kind primär den Hund anfasst, sondern dass einfach eine nette Interaktion entsteht. Und die kann auf vielerlei Arten passieren. Hier gilt noch ein kleiner Tipp. Gerade für Kinder, die unsicher sind oder Hunde, die ein bisschen unsicherer sind, für die ist diese frontale Hallo-Sag-Situation sehr schwierig. In so einem Fall empfehle ich passive Aktivitäten, beispielsweise ein Leckerli-Suchspiel. Also ich gebe dem Kind Leckerchen und sage, streue mal ein paar Leckerchen in der Wiese aus. Dann geht das Kind auf die Seite und der Hund geht die Leckerchen suchen. Das lieben Kinder, die lieben Osterhase spielen. Und der Hund hat eine super positive Interaktion mit dem Kind, weil er gelernt hat, und das ist aber nett, die lassen mich in Ruhe, aber lassen überall Leckerchen liegen. Also gerade für Angsthunde ist das super genial. Hier könnt ihr übrigens auch beispielsweise einen Stüffelteppich verwenden. Super Trick, um Kinder zu beschäftigen, um eben passive Interaktionen mit Hund und Kind zu fördern. Also, in diesem Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und ich hoffe, ich konnte dadurch einen Beitrag leisten, dass unsere Hunde noch besser sozialisiert werden mit Kindern. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.